Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skylanders Superchargers beim Himmelstein-Schmetter-Tun. Ja, lächerlich neben mir, der Raffenbursche. Neben mir ist der Lend-16 natürlich ein Experte im Himmelstein-Schmettern. Ich dachte, du sagst lächerlich. Ein Lächerlich. Nein. Ein Experte im Lächerlich. Nein. Aber lächerlich ist auch nicht der Martin, den wir heute grüßen. Und auch nicht Andru. Nee, der wird auch gemütet. Jawohl. Wieder ein Atom. Ja, den haben wir nochmal. Geil, wir haben das auch als Kart. Wow. Du hast gewonnen in der nächsten... Fühlst du dich jetzt toll, Drachenbursche? Fühlst du dich jetzt toll? Nee, aber ich sehe, der ist tot. Fühlst du dich jetzt toll? Schon? Fühlst du dich jetzt toll? Ich muss auch nochmal fragen, denn ich fühle mich so noch gut. Denkst du, du hast verdient gewonnen? Noch habe ich nicht gewonnen. Noch hat der Gegner viel gelebt. Du hast jetzt Turbo. Machst den rein, du hast gewonnen. Das ist schön, okay? Fühlst du dich? Fühlst du dich? Wow. 21 zu 0 Lens. Gutes Spiel. Viel Glück beim Rest des Turniers. Es wird nur noch schwieriger. Oh wow. Es wird nur noch schwieriger Lens. Wow. Dann darf man Lens nicht mehr spielen lassen, wenn es nur noch schwieriger wird. Halt. Aber anscheinend müssen wir das hier alles machen. Also es sind alles höher. Ups. Ups. Wo bin ich? Ich bin unten. Ja, warum bist du unten? Ich bin runtergefallen. Weil ich bin aber auf dem Weg. Warum bist du runtergefallen? Weil ich es kann. Deswegen, Lynn. Aha. Es war mir so danach. Aha. Versuch mal ganz nach oben zu kommen. Ja, war mein Plan. Oh, Schätze ohne Ende. Na komm. Kann man sich nicht beschweren. Ah, ah, okay. Ich nehme mal wieder meine Kollegin da von oben mit. Okay, jetzt bin ich dran. So, jetzt Stellan wieder dran. Jetzt habe ich wieder kein Grappi Glück. Du hast es in die zweite Runde des Turbo-Turniers geschafft. Yay. Gut gemacht. Willst du wissen, ob du das Zeug dazu hast, mich zu überwinden? Ich habe das Zeug. Gewieft. Nachdem er letztes Mal gegen Clown schon verloren hat. Ich möchte meine Himmelsteine spielen. Hat er dir dein Leben geklaut? Ich möchte mein Deck zusammenstellen. Chaos kommt raus, oder? Ja. Meine Fresse, ey. Dieser dumme... Lenn hat deinen Hass auf Chaos. Das ist aber nur noch schönes. Aber so richtig viele starke Charakter haben wir gar nicht. Auch einen mit einer guten Fähigkeit. Gefangenen von der Dunkelheit. Auch kleine Schnitte tun weh. Nein. Ich kriege vier beliebigen Gegnern Schaden. Äh, Gegnern einen Schaden zu. Glammschanks! Glammschanks, haben wir den nicht drin gehabt? Okay. Der Gegner wird alle Himmelsteine abziehen, neue, ne? Das ist nicht so gut. Ja, egal. Er hält eine Gesundheit für jeden gezwungenen Magie-Himmelstein. Hm. Das heißt, der Gegner würde Leben bekommen, also nein. Halt den Besitzer am 10. Ach, da würde die auch mal bekommen, da oben. Halt den Besitzer am 10, aber nicht schlecht, oder? Gitschkomba Hammer. Lass einen zufälligen gegnerischen Himmelsteine zum Besitzer zurückkehren, na, schauen wir mal, was wir noch für Effekte haben. Ja, der sieht doch süß aus. Zerstört einen gegnerischen. Bellt und beißt. Alle freundliche Gesinnten Himmelsteine halten eine Gesundheit. Zerstört einen zufälligen Gegnerischen Himmelsteine, maximal eine Gesundheit von zwei. So richtig starke Charaktere haben wir fast gar nicht mehr. Leider nicht, deswegen nehme ich, ähm. Was wird der Lenn nehmen? Lenn 16 LP. Hofe wird er sich entscheiden. Das sind vier Schaden, die geholt werden. Okay, ja, das ist gut, stimmt. Der ist auch cool. Ja, das ist doch cool. Mal schauen wir uns zum ersten Mal spielen. Ja, sieht doch auch bei dir ganz gut an. Das ist echt das erste Mal, als wir überhaupt wegen Himmelsteine Schmetter verloren haben. Und wegen Chaos mal wieder, weißt du, wenn ich einmal auf Chaos verlässt, dann bist du verlassen. Dann ist alles verloren. Ja. Ja, hau den Oberhörer drauf. Moblobs. Ordentlich einen auf den Deckel geben hier. Da ist schon wieder ein drausgegangen. Das ist ungünstig, ja. Mal schauen, wo sie jetzt einen hinpositionieren. Natürlich oben. Ja, na komm. Bitte, bitte. Das ist doch nicht zum... Das ist doch nicht zum Mäh. Das ist doch zum Haare raufen, ist das. Das ist so geil. Wir legen Chaos ab und der Gegner bringt ihn und bei ihm funktionierte halt. Hot streak. Ja, so führen wir zumindest wieder und haben den Chaos zerlegt. Zwei gute Taten. Turbo bereit. Packt er den Turbo aus? Ja, ich mach dann eins kaputt, oder? Davon ist auch, ja, da ist es auch, um mal auszugehen. Allein ist schon wieder in die Defensive getränkt hier. Natürlich wieder wegen der Chaos-Karte. Die macht gerne mal den Unterschied, habe ich das Gefühl. So lächerlich. Ja, da hast du mich gehört, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, mach den lieber kaputt. Und hätte ich ihn mit allen machen können. Ja, aber der überlebt dann halt auch, dass der, die anderen hätten auch überlebt. Ja, die anderen hätten auch überlebt. Aber der macht noch mehr Schaden, deswegen. Richtig, aber der wird wahrscheinlich auch die Position jemanden vorstellen, aber den kann man dann schnell erst erstellen. Ich könnte kotzen. Der hat echt gute Karten. Oh, jetzt vielleicht da oben. Ja, was bringt sie? Ja, die kann den unteren besiegen, ohne sich selber zu sterben. Ja, den doch. Calliope. Es sieht übel aus in den Ländern. Aber jetzt ist der Turbo auch wieder noch nicht bereit. Doch, wenn ich dran bin. Wolfgang. Alter. Da packt er den Wolfgang aus. Ich fühl mich hier verarscht. Oder ja, Gemüse. Ah, vier. Das ist Risiko. Ich muss hoffen, dass er mindestens zweimal getroffen wird. Wolfgang. Jawohl, perfekt. Na ja, das ist perfekt, aber zumindest Wolfgang ist weg. Hey, das kann man noch nicht mehr. Ja. Aber jetzt ist der Turbo auch wieder bereit. Ich habe nur noch zwei Leben nach der Runde. Ich habe verloren. Das ist doch nicht normal. Man verliert schon wieder. Wurde der Drachenbursche wieder ran, Len, wa? Jetzt die eine Karte, die alles ändern könnte, aber sie kommt nicht. Scherlem, kannst du dir aussuchen, mit wem du stirbst? Man sieht es immerhin nicht ganz so traurig aus. 16 zu 0 ist trotzdem verloren. Er siegt. Ja, lass mal den Drachenburschen hier ran wieder. Halt die Klappe, ey. Ja, das wird der Drachenbursche auch haben. Mann, die Fresse, ey. Ja, stimmt. Ich glaube, am Deck lag sie. Ja, fangen wir mal damit an. Kriegt er schon wieder zwei, die aufgeladen sind. Zwei, die aufgeladen sind. Vom Element. Ich glaube es nicht. Und direkt schon den mit dem Effekt dabei für vier Schaden. Ich glaube es nicht, du Drachenbursche. Oh, also jetzt soviel zu meinem Glück, oder? Der Gegner hat jetzt zehn Lebensenergie mehr. Ja, und? Du machst den einmal, dann kriegst du... Oder sie? Gut. Ja, ich mach sie. Den heb ich mir auf, wenn er viele auf dem Flickster da fällt. Na, einer reicht schon. Den kannst du dann kaputt machen, ohne dass du angreifen musst. Ja, schauen wir mal, was er so raushaut. Ja, er haut schon wieder raus. Er haut's raus. Also jetzt zum Beispiel bietet es sich an, weil dann kann ich den ganz sicherzustellen, ja. Hm, ja, dann sollte der auf jeden Fall... Also, nee, warten wir mal, wir machen den Turbo. Okay. Den Turbo, den muss man immer so schnell wie möglich schon nutzen. Schwarzwert. Turbo ist immer... Ich muss ja wieder aufholen hier. Nachdem der sich da einfach für die Lebensenergie zaubert hatte. Das ging ja mal gar nicht. Der Gulpa. Ich kann mein, wär's gewesen, wenn er viermal auf deinen gegangen wäre. Ja, wär gemein gewesen. Aber, der ist ja nicht gemein. Meistens. Nimm den. Noch mal mehr Schaden erstmal. Schaden, Schaden, Schaden. Schaden. So, wieder einer weniger. Das ist mal hier, der Drachen wurde, der erreicht, dass wir da... wieder raus. Wow. Land kannst du immer noch nicht fassen, oder? Was hier passiert. Vor allem, du kriegst halt in der ersten Runde direkt die Tanks. Das ist einfach ein Förderspiel, Lynn. Du bist dran. Oh, kann man immer gebrauchen. Ich hatte den in beiden Matches nicht. Der Drachenwursche kriegt den in beiden Matches. Ey, ich... Und die Dings von ihr auch. Califoli. Califoli? Keine Ahnung, wie der andere heißt. So hieß ihn, glaube ich, nicht. Ja, jetzt haut er auch den Wolfgang raus. Oh nein. Das ist ja so gefährlich. Gegen deine drei. Der gefährliche Wolfgang. Ja, toll. Glück und Schuss gewonnen. Mach, mach, mach. So hast du auch gewonnen. Ich weiß, aber... Das ist ja so gefährlich. So muss zumindest keiner mehr draufgehen, hoffentlich von mir. Da war ich... Ja, perfekt, oder? Genau, auf 0 runter. Ach nee, stimmt. Der macht ja, der greift ja auch nochmal an, ja. Ja. Jawoll. Den nächsten darfst du als erstes machen. Dann machst du ihn sowieso auch wieder sofort, ne? Ja, natürlich. Oh, der schaut cool aus. Wiege fünf beliebigen Gegnern einen Schaden zu. Ruf die in Skylanders aus den Weiterverenteilen dieser Welt teilweise. Der ist scheiß gut. Ja, den nehmen wir auch. Ja. Der ist schick. Und den zieht der Drachenwursche in das nächste Runde in der ersten, ne? Ja. Du hast dir das Weiterkommen verdient. Ich habe uns das Weiterkommen verdient. Sei mal lieber ein bisschen dankbar. Oder uns sind auch noch München. Dankbar. Komm mal zurück, komm mal zurück. Nein. Doch, da gibt es noch München. Ja. So was schätze ich? Machen wir mal wieder eine doppelte Drachenwursche hier. Da unten war nichts mehr, oder? Jetzt muss ich mehr rein. Na dann, auf zum dritten Himmelstein-Duell. Das ist ja der Part des Himmelstein-Schmetterns, ist das hier ja. Ah, hier ist Spiel. Viel Spaß. Willkommen in der Finalrunde, Skylander. Bereit für deine härteste Herausforderung? Natürlich. Jep. Ich habe ja noch zwei Niederlagen voraus. So, spielen. Du bist dran. Machen wir das mal so hier. Blubberbeard. Der Stein ist erstmal weg. Schauen wir, was er jetzt so raushaut. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Glamshanks. Wieso haben wir Glamshanks denn? Himmelstein hätte einen gesunder für ihn gezogenen Magie-Himmelstein. Wieso hast du Glamshanks drin? Wusy nicht. Ich finde ihn aber cool. Ich finde ihn einfach mal ausprobieren. Glamshanks hat immerhin noch ein neues Leben. Nein, deswegen ist er schon gut. Ist wie eine Katze. Aber der Effekt hat es Gott sei Dank nicht. Naja, aber Pannergäste ist trotzdem krass. Toe Boot bereit. So. 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 Hot Street. Hot Street ist immer gut. Damit führen wir auch wieder. Und haben oben auch aufgeräumt. Ja gut, da müssen wir jetzt in der Mitte gucken. Toe Boot bereit. Er hat jetzt halt immer einen mehr auf dem Platz. Beziehungsweise jetzt hat er gleich zwei mehr auf dem Platz. Wenn... wenn du... wenn er Pech hat. Nein. Äh, wenn du Pech hast. Wenn ich Pech habe. Ich hatte in dem Fall aber kein Pech. Der Drachenbursche hat halt kein Pech. Das ist so. Das ist Gesetz anscheinend. Was ist das? Drachenbursche hat kein Pech-Gesetz. Kennt ihr das auch? So. Alter, du solltest in Casinos gehen, echt? Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch in kein Casino gespielt. Ähm, das machen wir am besten. Eigentlich können wir den auch reinhauen, weil der eh tot ist. Ja. Alle sind tot von deiner Hand. Alle sind tot, ja. Dann nehmen wir den. Weg ist er. Eigentlich hätte ich den obersten... Nee, dann wäre auch den anderen nochmal gebrauchen können als passiv irgendwie. Crankenstein ist auch gefährlicher Gegner. Ist aber ein schönes da bekommen. Ah, ist auch nicht gut. Der überlebt aber zwei Runden und macht ihn nicht kaputt. Nee, macht ihn dann in der zweiten Runde. Außer dem... nee, aufgeladen ist er noch nicht. Wenn du wieder dran bist, ist er aufgeladen. Ja, ja. Aber ich liege trotzdem hinten. Also es sieht nicht ganz optimal aus momentan. Ja. Ja, bis dann. Wuuu. Er hat nur zwei Augen. Er hat nur zwei. Das heißt, den kriege ich hier mit locker weg. Ja. Also genau. Ja, naja. Außer es kommt wieder. Genau bevor er dich zerstört. Aber er hat natürlich Turbo. Wenn du ganz viel Fächer hast... Ich weiß, der Turbo wird mich dann eh wieder treffen. Das ist immer so. Ja. Pff, die hat der Turbo bis jetzt nicht getroffen. Spiele Turbo nicht, okay. Ja. Das ist gemein. Ja, das sieht übel aus. Muss ich leider auch zugeben. Du bist dran. Du bist dran. Äh, der ist gefährlicher. Beziehungsweise er hat mehr Leben. Naja. Wieder einer weg. Aber das sieht... Das ist eine Liederlage. Das ist das Bahn sich an. Da ist das Glück dann irgendwann mal vorbei. Oh, zweimal auf den... Ja. Dann irgendwann irgendwann ist der Punkt erreicht, was glücklich komplett verbraucht ist. Du bist dran. Mach das wirklich! Was? Bringt mir auch nichts mehr. Also ich kann, ich kann, ich kann nur hinaus. Das ist unvermeidlich, aber... Hot streak! Zumindest wird da nicht ganz so eindeutig. Ich hab' auch noch mal umgebracht. Ja, es ist vorbei. Jetzt ist er dran. Ja, in der Runde... Wenn er einen mit Angriff 3 hat... ... hat anscheinend nicht... Oder hat er nicht dem Spiel... Oder wollte dich einfach nur zerstören. Ja, ich glaub auch. Wollte mich leiden lassen. Was bringst du mir? Gar nichts. Du hast 26 Leben. Okay, das verdammt. Der GWP! Aber ihn wenigstens noch mal ein bisschen was rein, zum Schluss. Haben wir fünf Schaden gemacht. Weil es wurde sogar noch halbwegs knapp zu spielen, aber... Hat dann leider auch nicht mehr geholfen. Machtlos. Ja. Durch die Nacht. So ist es. Ich bemühte mich redlich. Er hat keine schlechten Karten. Er hat keine schlechten Karten, muss man sagen. Scheiß gute Karten. Er ist nicht dein bestes Spiel, schätze ich. Versuch's irgendwann nochmal. Wir haben schon auch gute Karten, aber da müssen wir halt Glück haben. Also da musst du schon Glück haben, dass die richtigen Karten kommen. Yay, guter Anfang. Ja, oben ist nicht schlecht. Oben ist nicht schlecht. Guter Anfang. Den kannst du gebrauchen. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang, yay. Pass auf, er... Du hast drei, vier auf dem Feld. Ja, er auch. Guter Anfang. Neutral. Du bist dran. Ah, nur ein Leben, aber ordentlich Schaden. Einmal richtig Schaden zu kriegen. Taekwon Crow. Gleich mal fünf am Anfang ist schon mal gut. Auf jeden Fall muss er jetzt die Verteidigung machen. Äh. Außer hat jemand noch über fünf? Nein. Hat er nicht. Hat er nicht. Und, äh, Körbo war zum Glück noch nicht aufgeladen. Aber dafür ist meine Zeit. Das ist sehr gut. Ja, das meine ich mit Glück haben am Anfang. Das war halt jetzt perfekt. Da konnte nichts machen. Ich hab bisher nur einmal verloren, denn zweimal. So. Bleib fest zu einem. Zweimal aus Auto, ich will keinen Schaden nehmen. Oh. Okay, ich überlebe. Auch gut. Warum nicht? Ja. Du bist dran. So. Ja. Ja. Weil jetzt bringt er zum Beispiel was, wenn der oben eh schon. Ja, klar. Dann lohnt sich das doch. Schau mal, wenn man noch irgendwas bringen kann, aber ich glaube, das dürfte gelaufen sein. Aber übrigens noch mal Chaos. Eif. Nob. Und der ist auch gleich tot. Zick. Du bist dran. Dampf-Sprecher. Dampf-Sprecher. Ich kann erinnern, haben sie den noch mal gehabt. Das war wahrscheinlich aus einem noch ne älteren Spiel vielleicht. Weiß nicht, muss schon länger sein, dass wir gegen ihn gekämpft haben. Wenn wir mal gegen ihn gekämpft haben. Wir müssen ihn nicht gegen ihn gekämpft haben. Ja, das stimmt. Ja, aber das sind die alles Charaktere, die irgendwo mal vorkommen. Ja, aber nicht um den Spiel. Ja, das meinte ich allgemein, ob man schon mal gekämpft hat. Viele sind ja auch aus den letzten Teilen. Ja, dann entscheide dich. Womit willst du erst beenden? Ja, mach den Turbo, komm, hau rein. Wenn, dann richtig. Ich überfahre ihn. Ja. Eindeutig. So, jetzt machen wir auch was dafür bekommen, dass wir hier drei in Folge besiegt haben. Oh, wir kriegen? Aber im letzten Mal gab es keine. Wow. Eilt mir zu Hilfe. Nee, eilt mir Bauer. Ich schwitze schrecklich. Ah, der ist gut. 3-5. Geht schon. Sure. Gut gekämpft, Skyländer. Danke. Du bist ein exzellenter Spieler und hast dir das hier verdient. GGWP. Schön. Hammer, das war wohl die Kiste, wo wir am meisten für kämpfen mussten, oder? Ah, echt eine lange, lange Angelegenheit hier. Ja. Hast du auch gemacht? Ich glaube. Crypt Crusher Kappe. Ohohohoho. Oh, ja. Ja, lohnt sich schon. Hier gibt es eh nur zwei, Atemberaub durch die Nacht, die was Linn16 mit uns macht. Na wenigstens dann nicht auf der Seite da drüben. Oh, ich bin runtergefallen. Dankeschön. Wieso? Bist du runter? Ich bin nicht runter, ich bin nochmal zurück. Ah, da gibt es noch mehr, hier hat es sich ja richtig gelohnt hinzugehen. Ohja. Und dann geht es zurück, dann haben wir, oh hey, da liegt ja auch noch Zeug dahin. Wahnsinn. Wann haben wir denn das liegen lassen? Wahnsinn. Ja, also das ist hier ja wohl gelohnt. Das ist hier wohl gelohnt? Das hat sich ja wohl hier gelohnt. Okay. 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 So, weiter geht der Spaß. Okay. Da können wir unsere Fahrzeuge verbessern. Ohja, sollten wir. Sollten wir? Das Auto auf jeden Fall. Was für besser? Bevor wir in den Kampf gehen. Waffen? Warte, schau mal, was haben wir dann. Haben wir da aber auch was Neues bekommen? Ich glaube nicht. Ohhhh. Ich glaube schon länger her, dass wir da das letzte Mal was Neues bekommen haben für... ... Sollte ich die schon? Da will ich ja auch noch nehmen. Ich bin mir nicht mehr auf jeden Fall. Windfeuer. Vulkanventile. Nehm ich mal. Nehm'st du? Ja. Oh, das wollte ich nicht. Ja, ich dachte du wolltest sie nehmen, die Vulkanventile. Ja, ich habe X gedrückt aber ich wollte halt nicht direkt. Ah so. die Verlustung demnach um auch hoch das ist ein bisschen komisch mit diesem Ding hier aber was verbessert sind also auch teuer aber wir sind auf 10 Prozent Rabatt schon das ist natürlich auch sehr schön mehr Waffen mehr Schild noch mehr Schilder alles auf dem Schild nochmal nochmal maximal okay so wir den echt schon ziemlich ausrüstet können andere Hupen wählen nein die klingt sehr leidend die Hupen was aber sonst noch ne was? na gut das war's wo war das? ach ja das war ein Heartstone das war's tja dann war's das auch mit dem Part wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und möge dieser komische Klauedieb hier wie ist der? wie ist der? Klaue weil er ne Klaue ja genau mit euch sein servus der Part von Skylander Superchargers ist leider auch schon vorbei zum nächsten Part kommst du wenn du auf das bereits laufende Video klickst außerdem würd's mich natürlich freuen wenn du meinen Kanal abonnierst dann wirst du in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen natürlich lohnt sich auch immer der Blick auf meine Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten dort bekommst du immer die neusten Infos zu mir und meinem Kanal die Links zu den Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16 der das ganze hier mit mir spielt findest du in der Videobeschreibung ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein Servus das ist 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 die